Hängematten Hängematten haben in Südamerika eine jahrhundertealte Tradition. Für die Menschen in Kolumbien sind sie Ausdruck von Wohlbefinden, Entspannung und Lebensfreude. Anfang der 90er Jahre hatte Alexander Grisard die Vision der perfekten Hängematte. Ausgesuchte Rohstoffe, hervorragende Designs, wegweisende Qualitätsstandards und außergewöhnliche Ideen für mehr Sicherheit und Komfort. In Kolumbien fand er dafür die idealen Bedingungen. Die Menschen hier verwenden seit jeher die Hängematte als Schlafstätte und mobiles Möbelstück und sind mit den Materialien und Fertigungstechniken bestens vertraut. Besonderes Erkennungsmerkmal kolumbianischer Hängematten sind ihre lebensfrohen Farbmuster. Hängematten-Designer Jean-Christophe Meillant lässt sich Jahr für Jahr neue Muster und Farbvarianten einfallen. Dabei kombiniert er traditionell karibische Töne mit saisonalen Trends. Für Signora Nkapi sind die neuen Kolorierungen eine große Herausforderung. Sie stellt sicher, dass die fertigen Hängematten tatsächlich so farbenfroh aussehen, wie es im Designentwurf geplant war. Das ist, was wir vorbereitet haben und wir haben dafür aus Kolumbien bekommen. Kolumbianische Hängematten sind traditionell aus Baumwolle gefertigt. Sie ist das ideale Material für das Gewebe von Hängematten. Reine Baumwolle fühlt sich durch ihre langen Fasern nicht nur besonders weich und angenehm auf der Haut an, sondern sie ist auch besonders belastbar. In der La Siesta Hängematten-Fertigung in Kolumbien erfolgen alle Produktionsschritte wie Färben, Spinnen, Weben und die Endfertigung unter einem Dach. Wir haben die gesamte Herstellung im Blick und können so eine konstant hohe Qualität gewährleisten. Zwei Wochen dauert es, bis aus dem Baumwollknäuel eine echte La Siesta Hängematte wird. Im ersten Arbeitsschritt säubern wir die Baumwolle. Hierfür wird sie durch eine große Maschine geblasen und später zu einem Streckband verarbeitet. Die Spinnerei macht aus dem Streckband feines Garn. Das Garn wird auf eine große Rolle aufgezogen und in den Webstuhl eingespannt. Aus dem Wechselspiel von Kett und Schussfaden entsteht schließlich das Gewebe mit den unterschiedlichen Mustern. Die traditionelle Hängematten-Fertigung ist ein Kunsthandwerk, das nur noch wenige Menschen beherrschen. Besonders stolz sind die Kolumbianer auf die Zöpfchen, die sogenannten Cadejos. Die Cadejos sorgen für eine optimale Gewichtsverteilung und machen die Hängematten besonders bequem. Eines der großen Geheimnisse kolumbianischer Hängematten ist die Herstellung der Aufhängung. Neben viel Kraft bedarf es vor allem Geschicklichkeit. Die Schnüre sind so geknüpft, dass sie auch großen Belastungen standhalten und die Hängematte jahrelang benutzt werden kann. Um sicher zu gehen, dass jede unserer Hängematten den hohen Standards entspricht, die wir unseren Kunden versprechen, machen wir ständig Qualitätschecks. Besonders genau nehmen wir eventuelle Webfehler unter die Lupe, denn nur ein perfektes Gewebe bietet maximalen Komfort und Sicherheit. Erst wenn alle Kontrollen bestanden sind, geben Qualitätsmanager Uriel und sein Team grünes Licht. Zum patentierten La Siesta Rolito zusammengerollt, ist die Hängematte schließlich fertig für den Transport. Mit der Kollektion Handmade in Colombia bringt La Siesta ein Stück kolumbianische Lebensweise in dein Zuhause. Mit der Kollektion Handmade in Colombia 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 Mit der Kollektion Handmade in Colombia